Endlich ist es da, oder fast da, Shin Megami Tensei V. Der letzte Teil der Hauptreihe ist nun ganze acht Jahre her, denn Shin Megami Tensei V Apocalypse erschien 2013 für den 3DS. Der fünfte Teil der Reihe ist nun also eigentlich der erste richtige Konsolentitel seit Shin Megami Tensei III Nocturne, das einfach nochmal zehn Jahre weiter in der Vergangenheit liegt. Atlus hat in den letzten 18 Jahren aber natürlich jetzt nicht einfach nur da gesessen und Däumchen gedreht. Ganz im Gegenteil. Persona 5 Royal hat die Videospiele-Charts im Sturm erobert und beherrscht bis heute die Herzen von JRPG-Fans. Außerdem erschien diesen Mal das HD-Remaster zum eben erwähnten dritten Teil des Franchises, falls ihr eure Erinnerungen an den Vorgänger etwas auffrischen wollt. Für den fünften Teil von Shin Megami Tensei ist es allerdings absolut nicht notwendig. Falls euch das Remaster, vor allem die Performance auf der Switch, aber trotzdem interessiert, haben wir den Test für euch bereits gemacht. Mehr dazu findet ihr hinter dem i oben rechts in der Ecke des Videos. Shin Megami Tensei V erscheint am 12.11. für die Nintendo Switch. Fangen wir also zunächst mit einer kurzen Einleitung zur Geschichte an. Der fünfte Teil begibt sich nach dem kleinen Ausflug ins Mittelalter des DS-Titels wieder in die Moderne. Ehrlich gesagt würde ich die Geschichte des fünften Teils am liebsten komplett spoilerfrei halten, aber um euch die Welt und das Kampfsystem näher zu bringen, ist es nicht so ganz möglich. Zum Glück geht es am Ende in Shin Megami Tensei immer um das Gleiche. Lediglich die Art und Weise, wie unsere Protagonisten in das Szenario rein stolpern, ist von Teil zu Teil unterschiedlich. Fans der Reihe werden deshalb sofort verstehen, dass es sich auch im aktuellen Spiel um das Endzeitszenario von Tokio, die Apokalypse durch Götter, Dämonen und andere Wesen der Mythologie handelt. Und zu denen kommen wir später. Denn die spielen im fünften Teil endlich mal die Rolle, die ihnen zusteht. Anders als im vierten Teil haben wir keine Organisation im Rücken, die uns an das Geschehen heranführt. Stattdessen orientiert sich der aktuelle Teil an der isolierten, einsamen Atmosphäre von Nocturne. Ihr könntet also durchaus etwas verwirrt sein, warum euch am Anfang gar nichts erklärt wird. Ich gebe euch hiermit aber meine 100%ige Versicherung, dass am Ende alle offenen Fragen der Geschichte überzeugend und zufriedenstellend aufgelöst werden. Die Welt ist durch viele Geschöpfe belebt. Teufel, Engel, Feen, Geister und andere Kreaturen warten darauf, von euch entdeckt zu werden. Um das alles in der Rezension aber zu vereinfachen, nenne ich hier all diese Wesen mal Monster. Im Grunde ist Shin Megami Tensei das erwachsene Pokémon. Und auch das ältere, weil Megami Tensei vor Pokémon existierte. Just saying. Ihr sammelt also Monster, die den Religionen und Mythen aus aller Welt entspringen. Und lasst sie in eurem Team gegen die feindlichen Kreaturen der gleichen Art antreten. Es gibt sogar eine Art Pokédex, in denen die Götter, Feen und Co. mit ihren Fähigkeiten durch Eigenarten zu sehen sind. Besonders schön ist, dass man all diese Einträge auf der offiziellen YouTube-Seite von Atlus getrennt vom Spiel auch einsehen kann. Die kurzen Clips beschreiben die Stärken und Schwächen der einzelnen Monster. Falls ihr also mal nicht weiter wisst oder keine Lust habt, alle Fähigkeiten an einem Gegner abzuklappern, empfehle ich euch wärmstens diese offizielle Monstersammlung. Zwar sind alle Videos auf Japanisch, aber die nette Community hatte den Kommentaren gleich zu Release und alle Einträge ins Englische übersetzt. Übrigens könnt ihr euch im Schwierigkeitsgrad, den ihr wie üblich am Anfang auswählt, durch den kostenlosen DLC noch eine einfachere Stufe herunterladen, wenn euch als alte Personahasen nur die Geschichte zum Beispiel interessiert. Wollt ihr es dagegen besonders schwer haben, dann müsst ihr von Anfang an den schweren Weg wählen und könnt zwischendurch auch nicht mal eben zurück. Die anderen zwei Schwierigkeiten könnt ihr jederzeit nach Lust und Laune eintauschen. Im Ladebildschirm des aktuellen Spiels werden außerdem die Herkünfte der Monster kurz zusammengefasst. Ihr seht also, aus welcher Kultur die Kreaturen entsprangen oder an welche mythologische Figur sie angelehnt sind. Das ist tatsächlich das erste Spiel, in dem ich mir längere Ladezeiten wünsche. Also gut, genug Trivia, ab in den Kampf. Der Kampf ist ein konsequenter Stärken- und Schwächenvergleich. Kennt ihr die Schwachpunkte eurer Gegner, werden euch Züge gut geschrieben. Sind die gegnerischen Monster gegen eure Attacken immunresistent oder weichen ihnen aus, dann verliert ihr gleich zwei eure Aktionspunkte. Soweit so gut könnte aber auch jedes andere x-beliebige JRPG sein. Schließlich gibt es normale Angriffe und Elementarschäden, auch in jedem Final Fantasy zum Beispiel. Der große Unterschied hier ist aber, dass die Gegner ganz konsequent den gleichen Regeln folgen wie wir. Und die KI ist in Shin Megami Tensei bekannterweise, wie soll ich es am besten ausdrücken, schlau. Eure Schwächen sind für jedes Monster, das euch angreift, fast schon durchsichtig. Habt ihr mal ein zu einseitiges Team dabei oder seid etwas unterlevelt, dann macht euch am besten bereit zu sterben. Denn sobald eure Angriffsrunde vorbei ist, werden euch die Gegner mit Sicherheit ordentlich vermöbeln. Bei Bosskämpfen kommt noch hinzu, dass ihr nicht sicher wissen könnt, was die Schwäche eures Gegenübers sein soll. Daher solltet ihr möglichst alle Fähigkeiten immer parat haben und speichert schön, bevor ihr in der Testrunde das Zeitliche segnet. Die Vorbereitung auf größere Gegner und Bosse, um in der Geschichte fortzuschreiten, ist das Grundelement des Spielablaufs. Das und später auch die moralische Gewichtung eurer Entscheidungen bei den Dialogen. Denn lange Gespräche oder ausfallende soziale Systeme wie die in Persona könnt ihr schon mal direkt vergessen. Das klingt jetzt etwas zu simpel, ist in der Praxis aber alles andere als das. Shin Megami Tensei 5 löst Passagen, die in anderen Spielen träge und langweilig wirken könnten, zum Beispiel mit den im Franchise bekannten Fusionen. Aber auch schlaue Design-Elemente in Bezug auf das Erkunden, die stetige Freischaltung bestimmter Areale oder eben die nahtlose Einbindung der Nebenquests in die Umwelt, bestärken die durchgehende Spannung im Spiel. Ich finde, das sitzt hohe Standards an kommende Videospiele im RPG-Genre. Auf die ich im übernächsten Abschnitt zu sprechen komme, aber erstmal müssen wir über die Musik reden. Auch weil, ich glaube, letzte Woche die News kam, dass Composer Shoji Meguro, der für das ganze Universum komponiert hat, das Atlus-Sound-Team verlassen hat, um ein eigenes, unabhängiges Studio zu gründen. Bei weiteren Spielen des Universums will er aber weiterhin als Freelancer für Atlus arbeiten. Puh, nochmal Glück gehabt. Richtig cool an den Kämpfen ist nämlich, dass die Battle-Musik erst so richtig losgeht, nachdem ihr eure allererste Attacke abgefeuert habt. Die Musik besteht sowohl aus originellen Stücken für den fünften Teil, als auch aus neu arrangierten oder remixeden Tracks der alten Teile. Darunter sind bezeichnende Stücke aus Shin Megami Tensei 3 und sogar Persona 5, wie zum Beispiel das Lied für die Fusionen im Schattenreich. Diese Kombination aus Neu und Alt rückt das gesamte Shin Megami Tensei-Universum noch ein großes Stück zusammen und erinnert daran, wie riesig diese Welt eigentlich ist. Der fünfte Teil macht euch das Leben an vielen Stellen einfacher als der dritte. Die Speicherpunkte sind an den richtigen Stellen. In vielen Straßenseiten gibt es kristallisiertes Magatsuhi, also kleine Kristalle, die dem Team ein wenig MP und HP zurückgeben, die das Erkunden erheblich bequemer machen, weil ihr nicht bei jedem Mini-Gegner zum Heilen laufen braucht. Und später bekommt ihr auch noch die Säule der Wiederkunft, die euch schnell reisend zum nächsten Speicherpunkt ermöglicht. Oh, und übrigens gibt es keine Random Encounter mehr. Also keine unsichtbaren, zufälligen Gegner, die euch nach drei Schritten wieder mal alle Pläne durcheinander hauen. Trotzdem sind neue Gebiete und Bosse richtig fordernd. Das Spiel macht es einem nie zu einfach. Ihr müsst weiterhin sehr gut überlegen, wann und wo es wirklich weitergehen kann und an welcher Stelle vielleicht doch mal kurz eine Heil- und Plansession angebracht wäre. Passend zu den kleinen Kristallen habt ihr auch noch eine Magatsuhi-Leiste zu befüllen. Es gibt bestimmte Fähigkeiten, die durch so eine aufgefüllte Leiste freigesetzt werden können. Man kann es sich als eine Art Power-Move vorstellen, eine zusätzliche Attacke, die euch keinen zukostet, aber sehr stark ist. Am Anfang werdet ihr vor allem die Standardkräfte des Protagonisten benutzen müssen, der übrigens in der postapokalyptischen Welt Nahobino genannt wird, nur um das mal kurz erwähnt zu haben. Seine Fähigkeit verleiht allen Angriffen eures Teams kritische Treffer für eine Runde. Egal, ob es sich dabei um magische oder physische Attacken handelt. Kritische Treffer wiederum garantieren einen weiteren Zug. Ihr merkt also schon, dadurch verschafft ihr eurem Angriff einen großen Vorteil. Aber Achtung, auch Gegner können diese Fähigkeit zu ihren Gunsten nutzen. Dann gibt es da noch ein altes wiederkehrendes Element in Shin Megami Tensei V und das sind die Mondphasen. Die wirken sich auf das Verhalten der Monster in der Welt und auf diverse Aktionen im Kampf aus. Es gibt festgelegte Regeln für die Mondphasen, die in der Oberwelt immer sichtlich gekennzeichnet sind. Die ich hier aber nicht weiter ausführen kann, weil das Video sonst so zwei Stunden lang wäre. Außer natürlich, ihr wollt euch hier hinsetzen und euch das alles anschauen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob wir ein Feature zu den Mondphasen in Shin Megami Tensei Persona etc. mal machen sollen. Naja, auf jeden Fall beeinflusst der Mond im Kampf euren Angriffsschaden oder zum Beispiel wie lange eine Verzauberung beim Gegner oder im Team anhält. Ob ihr also eine Runde oder fünf Runden verwirrt, vergiftet und Co. seid. Außerdem könnt ihr mit den Gegnern sprechen, um sie davon zu überzeugen, wie toll eure Gruppe ist. Finden die Gegner euch cool genug, dann kommen sie gerne in eure Truppe. Wie einfach diese Gespräche verlaufen, hängt ebenfalls vom Mondzyklus ab. Stellt euch in jedem Falle darauf ein, dass die Monster diesmal eine Menge an Ressourcen abverlangen. Egal ob Mana, Geld oder Items, die wollen in jeder Mondphase echt viel als Gegenleistung für ihre Assistenz. Für mich waren die Konversationen mit den Dämonen immer ein richtiges Highlight der Lokalisierung. Ich musste oft sehr laut lachen, wenn ich mal wieder versucht habe, ein Wesen für eine Fusion in mein Team zu locken. Vielleicht, weil ich wieder mal kein Geld für eine Compendium-Fusion hatte. Womit wir auch schon beim Digimon-Element des Franchises wären. Ja, machen wir mal halblang mit diesen Pokémon-Sammelwahren und begeben uns zu dem anderen Element, was man noch so mit Monstern anstellen kann, nämlich Fusionieren. Nicht nur, dass es unglaublich viel Spaß macht, das Register durch eigene Kreationen zu erweitern. Es ist in Shin Megami Tensei auch unheimlich wichtig, seine eigenen Kreaturen so gut zu kennen, dass man die Übersicht über die Schwächen und Fähigkeiten nicht verliert, damit das Team nämlich für jeden größeren Kampf vorbereitet ist. Mit der Fusion balanciert ihr das Team mit jedem Level neu und weckt ungeahnte Kräfte. Zudem gibt es im fünften Spiel Essenzen, falls man ein Monster besonders lieb gewonnen hat. Diese Essenzen erlauben den Transfer von einzelnen Fähigkeiten. Solltet ihr zum Beispiel mal in ein Gebiet voller Monstertypen laufen, die anfällig für Eis sind, eure Monster aber gerade über keinen Eis-Zauber verfügen, könnt ihr dem Ganzen auch ohne eine Fusion entgegensteuern. Dafür müsst ihr nur eine Essenz finden, die eine Eisfähigkeit beinhaltet und sie auf eure Lieblinge übertragen. Oder auf euch selbst, wenn die Essenz es zulässt. Doch damit es nicht zu einfach wird, sind zum Beispiel Feuertypen nicht so gut im Umgang mit Eis und diesen Typen werden dann Angriffspunkte für die Eis-Nutzung abgezogen. Durch Fusionen können dagegen Verstärkungen auf bestimmte Fähigkeiten erzeugt werden, die mit einem Plus markiert sind. Habt ihr nämlich die richtigen Kreaturen zusammengefügt, könnte die Eisfähigkeit um ein Vielfaches verstärkt werden, weil das Monster einfach eine Vorliebe für Eis oder so hat. Zudem gibt es auch wieder besondere Fusionen, für die ihr bestimmte Kreaturen finden müsst, damit ihr besonders starke Wesen erschaffen könnt. Oder ihr kauft euch das fehlende Gegenstück für euer gewünschtes Ergebnis in einer Compendium-Fusion ein. Die eingekauften Monster werden allerdings sehr schnell sehr teuer. Da lohnt es sich oft eher mit den Dämonen im Kampf zu verhandeln, macht ja auch mehr Spaß. Außerdem gibt es neue Elemente wie die Glorie, die man durch Nebenquests, Sphären in der Umgebung oder andere kleinere Aufträge finden kann. Diese verleiht dem Nahobino zusätzliche Fähigkeiten wie das Freischalten weiterer Monster-Slots oder Skill-Fähigkeiten für das ganze Team. Glorie kann aber auch die Resistenzen des Nahobinos selbst steuern. Er setzt also so ein bisschen die Magatama-Steine aus dem dritten Shin Megami-Tensei, gibt uns im Gegensatz dazu aber gleichzeitig mehr Kontrolle darüber, wie wir den Hauptcharakter am Ende formen wollen. Das beeindruckendste Element des neuen Shin Megami-Tensei-Teils ist die offene Welt und die Gewichtung der Dämonen und Götter in den Umgebungen. Wie bereits erwähnt, gibt es keine zufälligen Begegnungen mehr, also keine Random Encounter. Es gibt klar gekennzeichnete Nebenquests, gut gesäte Rastplätze und ein übersichtliches Teleportationssystem. Generell sind diese ganzen Kritikpunkte, die ich im Remaster zum dritten Teil streng kritisiert habe, alle im fünften Teil komplett ausgebügelt und perfekt ausbalanciert. Und wie ich ebenfalls vorhin erwähnt habe, könnten und sollten sich zukünftige Rollenspiele der Switch eine riesige Scheibe von diesen Spielemechaniken abschneiden. Es fängt mit den Monstern an, die auf der Karte auf uns warten. Alle Kreaturen haben unterschiedliche Verhaltensweisen, die zu ihrer Beschreibung passen. Halten sich Oni lieber alleine in einsamen Orten auf, galoppieren Zweihörner lieber in der Herde durch die Gegend. Daimons hängen in dunklen Höhlen wie Fledermäuse von der Decke und bei den Engeln herrschen klare Strukturen und eine interne Hierarchie. Das verleiht der Welt unglaublich viel Charakter. Da kann der Rest eine fade Wüstenlandschaft sein, die halt Einsamkeit symbolisieren soll. Das stört dann auch niemanden mehr. Und da hätte es sich Atlus auf jeden Fall einfach machen können. Aber so einfach hat es sich Atlus das eben nicht gemacht. Neben den unterschiedlichen Biotopen, wo sich die passenden Monster oder die Überreste vom kaputten Tokio angesammelt haben, gibt es später auch noch die unterschiedlichsten Gegenden zu bestaunen. Außerdem laufen schwache Gegner automatisch vor euch weg, wenn sie sich bedroht fühlen. Und auf euch zu, wenn sie euch als gefundenes Fressen sehen. Das macht lästige Minikämpfe überflüssig. Meine Autobattle-Funktion, die zwar da ist, habe ich dadurch nie benutzt. Total ungewohnt im Franchise ist, dass ihr mit dem Protagonisten frei durch die Welt laufen könnt, wie ihr wollt. Ihr könnt springen, ihr könnt den Naruto-Run zum Rennen benutzen und hohe Punkte auf der Karte runtersliden, wie euer Herz es gerade begehrt. Weitere geniale Einfälle sind die Nebenquests. Wenn man sich schließlich eh auf den Bosskampf vorbereiten muss, kann man ja gleich auch ein wenig die Welt miterkunden. Da fühlt sich der Grind einfach nicht mehr nach Grind an, sondern eben nach Erkundung. Und außerdem findet man wirklich in jeder Ecke etwas Neues. Sei es ein geheimes Gebiet mit Dämonen, die nur friedlich reden wollen, oder interessante Nebenquests, die euch die Welt weiter erkunden und verstehen lassen. Die Nebenquests sind immer, und damit meine ich immer, mit der Welt im Einklang. Nicht einmal bin ich sinnlos hin- und hergelaufen, auch wenn ich manchmal stumpfe Tüte-diesen-Gegner-Typ fünfmal-Aufträge erledigen musste. Aber ich muss ja eh die Erfahrung sammeln, also was soll's. Dafür gab es auch spannende Geschichten. Wie, dass man plötzlich Sekten von schwachen Dämonen findet und sich für eine Form der Selbsthilfegruppen für diese Dämonen entscheiden muss. Oder zum Beispiel eine Gruppe von befreundeten Wesen, die einfach nur gerne über Gegenstände von Menschen abnördet. Kleine Geschichten in dieser Welt, die man also einfach so mal eben nebenbei erleben kann. Die Belohnungen reichen hier von kleinen Geldbeträgen über versteckte Gegenstände bis hin zu starken Verbündeten, die sich eurem Team anschließen. Und dann gibt es da noch Gegner, die viel zu stark für euch sind. Die kann man tatsächlich erst im Late-Game besiegen, aber wenn ihr denen zu früh zu nah kommt, lassen die euch ganz sicher nicht in Ruhe. Und manchmal werdet ihr dazu gezwungen, euch an denen vorbeizuschleichen. Das versprüht eine große Portion Respekt und Angst vor bestimmten Gebieten. Simuliert aber auch eine riesige Welt und zeigt euch auf, was euch erwartet, wenn ihr weiterlevelt. Seid ihr manchmal am Ende eurer Kräfte, aber da ist dieser eine kleine alternative Weg, wo sich offensichtlich eine kleine Schatztruhe oder gar eine Sphäre mit Glorie befindet, dann liegt eine hohe Wahrscheinlichkeit vor, dass sich auf diesem Weg Magatsuhi-Kristalle befinden, die euer Mana und Leben minimal restaurieren. Hier und da verstecken sich außerdem die kleinen Mimern, nach denen man in jeder dunklen Ecke suchen müsste, wenn sie durch ihre rote Farbe von weitem nicht auffallen würden. Tun sie aber und so sammelt man die auch im Nebenherr ein. Für die Mimern bekommen wir nur wenig Glorie, in Fünfer-Schritten allerdings dafür richtig coole Gegenstände und Essenzen im Itemshop. Praktisch! Generell ist praktisch genau das richtige Wort beim Erkunden der Welt von Shin Megami Tensei V. Das gilt vor allem für die rar, aber sehr gut gesäten Rastplätze. Wir können hier gleich alles erledigen, was uns in der Erkundung auf der Seele liegt. Teilen, kaufen, verkaufen, fusionieren, teleportieren, den nächsten Schachzug planen und ganz wichtig, speichern. Zu guter Letzt gibt es noch eine große Neuerung im Shin Megami-Universum, die hoffentlich in Zukunft beibehalten wird und das sind die Abszesse. Diesen ekligen Namen tragen Wesen, die euch große Gebiete der Karte verschleiern und mit Zwischenbossen darauf warten, von euch beseitigt zu werden. Manchmal müsst ihr sie suchen, oft sind sie aber sehr offensichtlich platziert. Kommt ihr einem Abszess zu nahe, fängt er an, wie ein echtes Geschwür Antikörper auszustoßen und damit Horden von Monstern in eure Richtung zu schicken. Kommt ihr gegen die nicht an, sollte klar sein, ihr seid noch nicht so weit. Sobald diese kleineren Gegner nämlich kein Problem mehr für euch sind, warten etwas stärkere Kreaturen auf euch, die ihr in dem Gebiet noch nicht so oft getroffen habt, aber durchaus schon mal gesehen haben könntet. Habt ihr die erledigt, könnt ihr das nächste Gebiet endlich abszessfrei erkunden. Bevor wir zum Fazit kommen. Shin Megami Tensei 5 hat zwar kein Dante aus Devil May Cry, bringt aber den Demi-Fiend aus Nocturne mit seiner Pixie-Verbündeten als DLC zurück und erweitert die Geschichte um ein paar spannende Missionen, wie der von Cleopatra oder Mephisto. Fazit. Wie viele bereits nach den ersten Trailern erwartet haben, bestätigt sich Shin Megami Tensei 5 als ein Must-Have-Rollenspiel auf der Switch. Erst recht für Fans von JRPGs. Aber auch alle anderen werden mit dieser einzigartigen Welt und den verschiedenen Wesen, Geschichten und Erkundungsmöglichkeiten richtig viel Spaß haben. Wenn ihr jetzt denkt, oh man, das war aber sehr ausführlich, dann sei euch gesagt, ich habe noch nicht einmal mit den Begleitern angefangen, die euch ab und zu in der postapokalyptischen Welt begegnen. Das Spiel hat eine Menge unterschiedlicher Sachen zu bieten und allein das ist jeden Cent wert. Aber um mal auf die Frage des Titels einzugehen, nein, Shin Megami Tensei ist nicht besser als Persona 5. Und auch nicht schlechter. Es ist einfach nicht miteinander vergleichbar, weil sowohl die Prämisse als auch das generelle Spielsystem und Spielgefühl sich zu sehr voneinander unterscheidet. Shin Megami Tensei 5 ist viel geradliniger und viel unverschleierter in dem, was es erzählen will, als ein Persona 5. Das Franchise selbst bringt der fünfte Teil aber in vielerlei Hinsicht auf das nächste Level. Wir haben nun endlich alles, was wir über das große Ganze brauchen. Mehr denn je lernen wir in einem Spiel die Kreaturen und die Welt der Götter und der Apokalypse kennen. Wir sollten nach dem fünften Teil alle Hierarchien, Entstehungsgeschichten und Beziehungen unter dem großen Arsenal an Dämonen, Göttern und anderen Wesen verstanden haben. Das bietet einen unfassbar nährhaften Boden für weitere Spiele, die aus diesem Franchise sprießen wollen. Aber auch viel Futter für das Verständnis der Spinoffs, wie eben Persona, Devil Survivor, Devil Summoner, Digital Devil Saga und wie sie alle noch heißen. Zudem hat Atlus sehr wohl bewiesen, dass die Switch keine Hardware ist, die sie für vollwertige Titel des Franchises gänzlich meiden wollen. Das macht natürlich Hoffnung darauf, endlich mal ein Persona 6 oder einen anderen vollwertigen Persona-Titel auf der Switch zu bekommen. Diese Hoffnung hat ja auch Strikers schon so ein bisschen befeuert. Was denkt ihr? Wird es Zeit für ein richtiges Persona auf der Switch? Ist euch schon Megami Tensei zu Hipster? Oder habt ihr auch schon voller Vorfreude auf den fünften Teil der Serie gewartet? Für mehr Tests, News, Interviews und alles Aktuelle rund ums Thema Gaming schaut doch gerne mal bei Eurogamer.de vorbei. Danke für das aufmerksame Zuschauen. Ich freue mich schon sehr auf den Dialog in den Kommentaren. Tschüss!